In den verborgenen Tiefen der Naturheilkunde existiert ein Getränk, das nicht nur verspricht, die Darmgesundheit wiederherzustellen, sondern auch das Potenzial hat, das Wohlbefinden von Grund auf zu erneuern. Stelle dir ein Elixier vor, das so kraftvoll ist, dass es die verborgenen Geheimnisse eines gesunden Verdauungssystems entschlüsseln kann. Dieses magische Getränk ist Kombucha, ein fermentierter Tee, der seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen für seine heilenden Eigenschaften geschätzt wird. Doch was macht Kombucha so besonders und wie kann er dazu beitragen, die Darmgesundheit wiederherzustellen? Lass uns die vielfältigen Vorteile dieses geheimnisvollen Getränks erkunden. Nummer 1, reich an Probiotika. Kombucha ist durch den Fermentationsprozess reich an lebenden probiotischen Bakterien. Diese probiotischen Kulturen unterstützen die Gesundheit des Verdauungstraktes, indem sie das Gleichgewicht der Darmflora fördern, was für die Aufrechterhaltung einer gesunden Verdauung unerlässlich ist. Nummer 2, Förderung der Nährstoffaufnahme. Die enthaltenen Probiotika können ebenfalls die Aufnahme von Nährstoffen verbessern. Ein gesunder Darm ermöglicht eine effizientere Aufnahme essentieller Vitamine und Mineralstoffe aus der Nahrung, was zu einem verbesserten Allgemeingesundheitszustand führt. Nummer 3, Stärkung des Immunsystems. Ein großer Teil des Immunsystems ist im Darm lokalisiert. Die probiotischen Eigenschaften von Kombucha unterstützen nicht nur eine gesunde Darmflora, sondern stärken auch das Immunsystem, indem sie zur Abwehr von Infektionen und zur Vorbeugung von Krankheiten beitragen. Nummer 4, Entgiftende Wirkung. Kombucha ist bekannt für seine entgiftenden Eigenschaften. Die in diesem Getränk enthaltenen Antioxidantien helfen Toxine aus dem Körper zu eliminieren, was die Leber entlastet und zur Reinigung des Verdauungssystems beiträgt. Dies sorgt dafür, dass der gesamte Körper gesund bleibt und das Wohlbefinden steigt. Nummer 5, Verbesserung der Verdauung. Die leichten Säuren und Enzyme, die in Kombucha vorkommen, können die Verdauung fördern und Probleme wie Blähungen, Verstopfung und Diary lindern. Dies führt zu einem komfortableren und regulierten Verdauungsprozess. Leidest du häufig unter solchen Problemen, dann wirst du nach dem Verzehr dieses Getränks schnelle Linderung erfahren. Und Nummer 6, Unterstützung bei der Heilung von Darmerkrankungen. Einige Studien deuten darauf hin, dass die regelmäßige Einnahme von Kombucha positive Effekte auf entzündliche Darmerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn haben kann. Dies ist auf die entzündungshemmenden Eigenschaften der in Kombucha enthaltenen Mikroorganismen zurückzuführen. Kombucha ist nicht nur ein Getränk, es ist ein lebendes Elixier, das das Potenzial hat, die Darmgesundheit grundlegend zu verbessern. Mit seinen vielfältigen Vorteilen bietet es eine einfache, doch effektive Möglichkeit, das Verdauungssystem zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Obwohl Kombucha viele Vorteile bietet, ist es wichtig, auf die Qualität und die Zubereitungsmethode zu achten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wie bei jedem fermentierten Produkt ist Moderation der Schlüssel, um die positiven Eigenschaften von Kombucha vollständig zu genießen und zu nutzen. Möchtest du jetzt noch wissen, womit du dein Essen würzen musst, um deine Nierengesundheit zu verbessern? Dann klicke jetzt auf das Video, welches du im Bildschirm siehst, denn dort zeigen wir es dir.